ja moin leute servus und herzliches willkommen zu einem neuen video heute soll es um die dritte liga gehen wir gehen die spiele kurz und kompakt durch ich gebe dir meine prognosen meine einschätzung mit auf den weg insgesamt habe ich hier vier interessante tipps gefunden die ich dir hier in diesem video präsentieren möchte ich möchte das abstimmungssystem auch hier wieder weiter fahren unter dem video der erste link ist ja ist die abstimmung zu den jeweiligen vier tipps gerne abstimmen das ist die statistik bis dato seitdem wir das ganze mit den abstimmen machen lediglich hier gab es mal eine schwächephase mit fünf falschen tipps in folge wobei man natürlich sagen muss dass sie wirklich zu wünschen übrig liest ansonsten lief das ganze sehr sehr ordentlich ich meine wir eine ganz starke phase und ich hoffe dass wir das ganze natürlich hier auch weiter führen können deswegen gerne wieder abstimmen gerne kostenlos den kanal abonnieren ich versuche auch live streams dann zu zum wochenende zu machen jetzt dieses wochenende mit dritte liga nicht weil dritte liga da habe ich kein magenta tv das benötigt man leider aber zur ersten und zweiten bundesliga werde ich hier auf jeden fall mal den live stream hier anwerfen damit wir hier ein bisschen live tipps gegebenenfalls auch abgeben können ansonsten würde ich sagen starten wir ein dritte liga ganz interessante liga hat vielleicht ein bisschen an qualität verloren in diesem jahr im gegensatz zum letzten jahr weil einfach rostock aufgestiegen ist ingolstadt ist aufgestiegen und dresden ist aufgestiegen ja mit osnabrück vielleicht kein so namhafter gegner hier gegner keine so namhafte mannschaft abgestiegen keine so große fanbase wie es jetzt bei beispielsweise dresden oder rostock der fall ist aber hier werden sie als favorit gehandelt als absteiger bist du immer so ein stück weit ja erst mal eine down phase am anfang der saison ist es selten der fall dass ein absteiger aus der zweiten liga gleich wieder sehr stark performt weil einfach die besten spieler immer gehen die spieler die da bleiben die sind so ein bisschen motivationstechnisch die müssen sich erst mal finden duisburg muss man aber dazu sagen wenn wir uns die tabelle hier mal vom letzten jahr anschauen sehr sehr dürftig unterwegs gewesen 15 der platz lange um den abstieg hier mit gespielt dahingehend würde ich jetzt hier keinen tipp abgeben für mich ein völlig offenes spiel kaiserslautern gegen braunschweig für mich ganz komisch dass kaiserslautern hier trotz der schwachen performance jetzt über die letzten zwei drei jahre schon in der dritten liga hier klar als favorit gehandelt wird braunschweig selbe situation wie osnabrück umbruch natürlich hier klare außenseite hohe quote sicherlich ganz interessant wahrscheinlich spielt hier die heimstärke von kaiserslautern mit zulassung der fans wieder eine rolle für mich eher tendenz richtung braunschweig anspielen mit meinem eigenen geld würde ich das ganze nicht 1860 münchen würzburger kickers wenn eine mannschaft einen umbruch hinter ja hinter sich hat dann die würzburger kickers unfassbar viele zu und abgänge schon in der letzte in der letzten saison in der zweitligasaison deswegen sehe ich hier 1860 klar als favorit gefestigte mannschaft trainer seit eineinhalb jahren da mit michael kölner aufstiegserfahrung schon mit nürnberg in der ersten liga gehabt dahingehend sehe ich 1860 hier vorne 1,80 quote ist sicherlich auch ganz interessant vor allem weil es vielleicht beim ein oder anderen wetteranbieter eine deutlich höhere quote in richtung 1,90 sicherlich noch gibt deswegen finde ich den tipp ganz interessant halle gegen meppen auch hier finde ich den heimsieg tipp ganz interessant denn meppen ist letztes jahr abgestiegen und dort waren natürlich schon viele viele spiele dann sage ich mal anderweitig bei anderen vereinen untergebracht dahingehend werden sie auch dieses jahr wieder probleme haben sage ich mal hier die klasse zu halten für mich auch eine der abstiegskandidaten in diesem jahr deswegen sehe ich hier den sieg für halle eigentlich als ganz ja ordentlich an noch 1,83 quote wie gesagt auch hier sehe ich sicherlich wetteranbieter mit 1,93 1,95 quoten hier da musst du dann mal schauen havelse gegen saarbrücken saarbrücken guten offensivfußball havelse natürlich der aufsteiger trotzdem hier schwierig einzuschätzen havelse habe ich nicht in irgendeiner form mal verfolgt deswegen kann ich dir hierzu nichts sagen waldhof mannheim gegen magdeburg auch hier magde mannheim war für mich eher der favorit für den aufstieg als magdeburg magdeburg hier wird als favorit gehandelt warum kann ich dir nicht wirklich sagen magdeburg auch nur auf platz 11 in der letzten saison und deswegen für mich ein bisschen fragwürdig vielleicht für den ein oder anderen magdeburg magdeburg zuschauer hier der kann es mir vielleicht sagen aber ich sehe magdeburg jetzt hier nicht als haushohen favoriten zwickau dortmund 2 dortmund 2 hat sehr sehr stark performt in der dritten liga das muss dazu gesagt werden zwickau ja schwierig zu sagen natürlich stabile mannschaft in der letzten saison gewesen zehnter platz kann man nicht meckern und dortmund 2 wie gesagt vielleicht der ein oder andere spieler vom ja von der zweiten mannschaft noch im trainingslager bei der ersten mannschaft mit dabei deswegen auch hier schwierig zu sagen wer dann wirklich auflaufen wird bei dortmund 2 da bin ich jetzt nicht allzu sehr mit dabei victoria köln gegen victoria berlin ganz interessantes duel wie ich finde denn ich glaube victoria köln wird es ja sehr sehr schwierig haben hier die klasse zu halten victoria köln natürlich schon ja ein drittliga aspirant will jetzt nicht sagen drittliga urgestein will ich jetzt auch nicht sagen aber auf jeden fall drittliga kenner formulieren das ganze so 1,675 quote findet sicherlich auch head to head tipps also mit unentschieden geld zurück mit einer 1,70 quote dann wer gegen türkisch münchen schwierig zu sagen türkisch münchen für mich auch ein abstiegs aspirant in dieser saison ähnlich wie es letztes jahr ürdingen war sehr sehr viel unruhe um diesen verein und dann haben wir freiburg 2 gegen wen wie spaden hier sehe ich wen wie spaden vorne wobei freiburg 2 eine unfassbar starke saison gespielt hat 94 punkte wenn ich mich recht entzündet deswegen würde ich hier erst mal die finger von weglassen genau lautern gegen braunschweig da hatte ich noch den tipp weil ich ja gesagt habe vier tipps mit unter 2,5 tore was ich ganz interessant fand mit einer 1,85 0 quote das wären die vier tipps du findest die vier tipps in der video beschreibung erste link in der video beschreibung unter dem aktuellen also unter dem heutigen video gerne abstimmen hier über zehn tipps wird das ganze dann mit in die statistik aufgenommen gerne daumen nach oben lassen für das video wenn es dir gefallen hat und natürlich ein kostenloses abo und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns zum nächsten video wieder und ich kann nur noch sagen hau rein und ciao